Umzug der Mitmachschmiede Kleinen Bremen Die Mitmachschmiede Kleinen Bremen zieht in das Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frankhausen-Minden. Jeder ab dem Grundschulalter darf sich der Faszination Schmiedekunst hingeben und mit ein wenig Hilfe und Übung auch mal selber den Hammer schwingen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind seit April hier. Wir sind vorher in Kleinen Bremen, hatten da wunderbare Jahre, aber da hat sich ein bisschen die Geschäftsform geändert. Jetzt haben wir uns hierhin orientiert. Das Anne Frankhaus hat uns mit offenen Armen empfangen. Wir sind glücklich darüber, dass wir uns hier sozusagen wieder breit machen können. Wir haben uns ein eigenes Dach gebaut hier. Wir haben unser ganzes Equipment umgestellt auf Hubwagenbetrieb. Und jetzt haben wir, es sieht anders aus, ist sicherlich nicht so schön wie in der Grotte, aber es hat auch ein Niveau. Wir haben ja alle möglichen Möglichkeiten, uns hier breit zu machen und das weiter zu machen, was wir bisher immer schon gemacht haben, mit Kindern und Jugendlichen sozusagen ein altes Handwerk zu betreiben. Wir bieten im Grunde genommen ganz einfach nur an, zu schmieden. Dieses Handwerk, dieses uralte Handwerk, was leider in Deutschland so nicht mehr gelehrt wird, praktisch von den Anfängen her zu erfahren. Die Leute, die hierher kommen, ob Kinder oder eben Erwachsene, die fertigen hier, sagen wir mal, ein einfaches Übungsstück, damit wir ein bisschen merken, wo liegen die Fähigkeiten. Und wenn dieses Pflichtstück sozusagen fertig ist, mit unserer Hilfe teilweise, dann haben diejenigen, die hier jetzt kommen, die Möglichkeit, sich etwas selber auszudenken oder ganz einfach an der Mustertafel ein Exemplar zu sagen, ja, in diese Richtung möchte ich, dann unterstützen wir die. In der Hinsicht, dass wir sagen, komm, die Arbeitsabläufe, das ist ganz wichtig, damit ich nicht, sagen wir mal, das Pferd beim Schwanz aufzäume, sondern dass ich ganz einfach sage, das sind die Arbeitsschritte und da wollen wir mal sehen, dass wir da hinkommen. Und in vielen, also ich sage mal, zu 99 Prozent der Fällen gelingt das auch immer und die Leute gehen dann hinterher mit diesen Stücken zufrieden nach Hause. Jeden ersten Samstag im Monat findet nun der Schmiedetag in Minden statt.